Wir standen auf der Bahn 1 für die Massefolge Spandau, die vierte über die 200 Meter Freistil im letzten Jahr, Leonie, Sarah, Letzer. Auf der Bahn 2 für die SV Dekammein, die zweite über diese Sprecke im Vorjahr, die Lara Hittrich. Auf der Bahn 3 für die SV Schwemisch-Müls, Nieder Schneider. Auf der Bahn 4 für die SV Dekammein, die Titelverteidigerin, Lisa Marie Figgel. Auf der Bahn 5 für die SV Dekammein, Maja Mernot. Auf der Bahn 6 für die SV S. Nina Sandrin-Yassi. Auf der Bahn 7 für die SV S. Wiesbaden, die fünfte vom letzten Jahr, Johann Rehn. Hey, wir! Auf der Bahn 4 für die SV Dekammein, die batA 5 für die SV S. Franziska Garnisch. Hey, Herr Dewey! Hey, Herr Dewey! Hey, Herr Dewey! Hey, Herr Dewey! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020